Fast 2,5 Millionen Menschen leiden in Deutschland an einer Herzinsuffizienz. Die Dunkelziffer ist aber deutlich höher. Das Forschungsprojekt HerzCheck ermöglicht eine Früherkennung der Herzschwäche und bietet Menschen in ländlichen Gebieten eine kostenlose MRT-Untersuchung und eine umfangreiche Blutanalytik an. Wir nutzen einen neuartigen MRT-Parameter, den globalen longitudinalen Strain, GLS, um die Kontraktion der linken Herzkammer bestmöglich erfassen und beurteilen zu können. Empfehlen Sie Ihren PatientInnen im Alter von 40 bis 69 Jahren die Teilnahme am mobilen Herzcheck, wenn Sie mindestens einen dieser kardiovaskulären Risikofaktoren aufweisen. Diabetes mellitus oder arterielle Hypertonie oder Hypercholesterinämie oder Rauchanamnese oder Adipositas oder Niereninsuffizienz. PatientInnen mit einer schon bekannten Herzinsuffizienz können wir leider nicht untersuchen. Und so nehmen Sie teil. Fordern Sie Ihr persönliches Starterpaket mit allen Infos und Teilnahmeunterlagen für Sie und Ihre PatientInnen beim Deutschen Herzzentrum Berlin DHZB an. Bequem über die Website www.herzcheck.org oder per E-Mail unter herzcheck.dhzb.de Nachdem Sie mit dem DHZB einen Vertrag über Ihre Teilnahme am Projekt geschlossen haben, können Sie Ihre PatientInnen über die Untersuchung informieren und Ihnen die kostenlose Teilnahme empfehlen. Schicken Sie die Teilnahmeerklärungen an die AOK Nordost und vermitteln Sie den Kontakt zu unserer Hotline. Wir kümmern uns um die Terminvergabe und alles Weitere. Ihre Vorteile Mit modernster Diagnostik unterstützen wir Sie bei der Therapie Ihrer PatientInnen und Patienten. Wir bieten Ihnen einen ausführlichen MRT-Befund, eine umfangreiche Blutanalytik und Empfehlungen für die weitere Behandlung Ihrer PatientInnen an. Außerdem steht Ihnen unser Expertenzentrum, das Herz- und Gefäßzentrum Bad Bewinsen, bei Fragen gern zur Verfügung. Wir wollen Ihnen mit dem mobilen MRT vor Ort die bestmögliche Unterstützung anbieten, damit Sie Ihre PatientInnen optimal versorgen können. Mehr Informationen unter herzcheck.org